Hi! Servus! Dich interessiert tatsächlich die Philosophie? Nun gut, ich habe sie mir aus dem Netz rausgesucht, übersetzt und versucht sie wieder so hinzukriegen wie es damals war. Ich bin hier, weil es letztlich kein Entkommen von mir selbst gibt. Hier in der Gemeinschaft kann ich endlich klar zu mir selbst kommen. Ich laufe weg vor der Konfrontation der Augen und Herzen anderer. Ich habe keine Sicherheit vor ihnen, bis ich mein Innerstes erkenne. Angst davor erkannt zu werden, kann ich weder mir selbst noch irgendeinen anderen beüben, ich werde hier sein. Wo sonst aus in unserer Gemeinschaft kann ich einen Spiegel für mich selbst finden. Hier zusammen kann ich endlich mir selbst klar erscheinen, nicht als ein Wiese meiner Träume, noch als ein Zwerg meiner Ängste, sondern als eine Person, als ein Teil des Ganzen, in meinem Anteil und seinem Zweck. Auf diesem Boden kann ich Wurzeln schlaten und wachsen, nicht allein, mehr wie im Tod, sondern lebendig wie mich selbst und veranderen. Richard Wiel hat das geschrieben. Jo, das war gar nicht so schlecht. Ich habe das Grund daran überhaupt gar nicht verstanden, was man damit macht. Leute, verstehe ich das. Eigentlich sollte jeder mal eine Therapie machen. Weil es gar nicht verkehrt ist, wenn man mal sowas über das Leben lernt. Das liegt daran dann zwischendurch. Peace out. Aber es weiß nicht. Ach so. Das war tatsächlich, ich hatte Sachen in seiner Beschreibung. Vielen Dank.